Team Nonsense, ihr seid Gruppe Alpha zusammen mit Adjunto. Razzia, Schauberg, ihr seid mit Lukas, 3x Gruppe Bravo. Prinz Valium geht auf Charly bitte, aber passiv. Windhund, Alpha, Tom Beast, Bravo, sobald der CV euch anfliegen, solltet ihr euch bitte zurück zur Flotte. Showback, Grazia, ihr stellt euch bitte hierhin. Eben nur die große Insel. Serenity, Nonsense, ihr drückt mal auf Alpha zusammen mit Adjunto. Lukas stellt sich zu Razzia. Und Panzo geht dann auch noch an die große Insel. Was denn an die große Insel? Ähm, ich sag bei B beim Bermuda-Dreheck. F6, Foxtrot 6. Ähm, Nonsense, hier, ich hab ziemlich harte Lacks gerade. Ja, ich auch, mein Ping springt zwischen 20 und 2000. Alles normal, trotz Aufnahme. Okay. Wir haben heute einige schon gehabt. Genau, das lässt sich ziemlich schlecht spielen, so zugeben. Das sind die Windows-Updates. Hahaha. Hatte ich heute auch schon. Versucht einfach Splash der rauszuholen. A's push, B's verteidigen, oder was? A's push, ja, B's verteidigen. Sollen wir aggressiv oder defensiv sein? Ähm. Je nach Simulation. B, B, Defensiv. Ihr stellt euch nur hinter die Insel und guckt, dass ihr leicht rausschießen könnt. Äh, Fokusfeuer sagt links Nonsense an und rechts Panzo, bitte. Fokus ist jetzt die gute Sonne. Kreuzer erschießen, wenn ihr offen seid. Und die Bismarcks auch, bitte. Wie gesagt, Fokus die Kutushoff. Der Freak da hinten steht, gell? Der? Der? Der, 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 zurück. Zurück ist hier. Ihr, ihr auf Alpha geht bitte. Macht bitte Hard Push jetzt. Schießen dürft ihr, fokust irgendeine Bismarck bitte. Lasst am besten die vordere, ne, den da. Botec. Der DD von Bravo verschiebt jetzt nach hier. Ähm. Dieser DD geht jetzt Richtung Bravo. Äh, die Bravo-Flotte darf sich schon mal bereit machen. Kann sein, ihr müsst es gleich rausdrücken. Sind zwei DDs in C, ne? Ja. Äh, hier aufpassen und dann möchte ich ins Bote kommen. Drücken wohin? Richtung B oder C? Richtung C. Höllenhund steht, Höllenhund steht, fokussieren. Soll ich euch hier in den Nebel legen, Nonsens, der Redentine? Ja, leg mal hin. Wie gesagt, nach vorne legen. Fokus, Höllenhund. Der steht wieder. Hey, gib wieder Gas, der Höllenhund. Mach. Ähm, Schufti, 2003, Nexter. Hier drückt jetzt, hier drücken, Vollgas hoch. Ich würde B-Cappen. Machen. Ich kann wunderschön Freizeit auf. Schufti, Mann. Cooles, aber... Benzen, Benzen in B. Razzia, hast du Sonar an? Razzia? Ja? Hast du Sonar an? Nein, soll ich? Mach. Auf. On. Der Roter Gär, der fährt rückwärts. Einfaches Ziel hier. Von der A-Seite. Ja. Sechs. Achtung, jede Menge Torps. Aus B-Raus. Auf. 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 Lass jetzt den voll konsequent runterfokussen. Äh, Radar gespottet. Jupp, passiv zurückziehen. Auf. 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 Ich kann unser TD noch mal versuchen. Jupp. Abfall hier. Hohohohoho. Rain, ich geh noch ein bisschen nach links. Ach, Jutu, du hast noch ein guter Bauch. 48 sekunden fokus rotec kai lass dich ein bisschen zurückfallen zu deinem bb ist zwei durchschläge auf fubuki achtung fokus aufbereinkommen tobi das sind für dich waren so panzer ihr bleibt da bitte noch nonsens mal nimmst du mal die führung bekommt ihr die fubuki noch ja schummel kriegst du gut oder tun also wie gesagt ihr weiter vor brüchen alpha gruppe bis hierhin durch den bänden offen fokusen alle ich mache immer so nah an damit wir hier auf a in coming top stehen nebel von adjunto ist ready lasst uns doch dort ein bisschen voll genau achtung das sind zwei hydro läuft hier noch auf der a seite ein roten wie kommt kommt ihr nicht mehr ein roter kann dann schlecht ok sollten wir ähm quick focus weiter gencon ja ähm tombeast äh grad c können äh lukas mit kudosdorf und panzo mit der tipps mit mir richtung c von süden hereinstoßen bis mal kommt über norden mit euch nein ich will es anders haben die bismarcks richten sich jetzt auf auf die c seite das heißt einmal drehen panzer fährt mit den b rein aber nein panzer stellt sich panzer stellt sich dazu ich bleibe mal und da ist ne benson auch fokusend sehr schön guter job perfekt das mit c ausrichten kannst du vergessen und einfach gucken ob ihr drehen könnt ansonsten rotec wieder fokussen wünschungsweise schuft die ich mach so nah an also jungs wir machen es jetzt so ihr drückt hier zu der kleinen insel durch er geht hier auf die fans position die drücken jetzt bei charlie wir drücken sobald der nebel weg das würde ich sagen ja aber dann müsste wirklich voll drücken ja halt noch ungefähr 40 sekunden nein lieber pushen halt dann halt behalten der nebel hier ist ne benson dann fokussiert schuft die unter achtung die benson dahinten cv halt die benson offen so der nebel wird sich jetzt langsam auflösen hierbei richten wir richten meine blockade von c zu der insel hin michael du kommst bitte wieder hoch nach norden die haben unten ne leiden hat schlicht nicht gemacht warum jup jungs nicht so weit nach norden pushen mehr nach westen jaja gerade dabei aus also kannst du noch mal rückwärts fahren dann lege ich mir hier neben jetzt und der dient hat mit der radar gezogen und tschüss wo ist die blockade vor wo ist die wo ist die nebel blockade von c zu insel zu mir da kann ich ihn schilden so wenn es einfach passt wenn es einfach passt genau, der hat flooding und hier hydro zwischen b und c ist einer on roteck hat repariert fokus den voraus gegen grad nicht hinter der insel er ist gebietscht geht ihm auf die bismarck ich gehe auf die norka ich habe breitseite auf norka ähm gut wenn ihr nicht mehr an die rand kommt dann und dann schnapp ich mir roteck voll und dann schnapp ich mir roteck voll und dann schnapp ich mir roteck voll norka dürfte weg sein iron man ah ok ich mag es die cv da kommt torps da kommt torps nonsens jup schubeck geht auf roteck fokus feuer woanders und schubeck geht auf new lins roteck ist raus roteck ist raus roteck ist raus schuft die fokusen ihr drückt oben durch weiter bitte die alpha gruppe wie sieht es bei euch unten aus bei charlie wer ist ohne herz auch geworden lag hier aber gut also ihr habt diese standbilder auch ja nein ich hab die extra ich auch und dann ist überhaupt was drin die fuß die fuß wummelt hier noch rum oben bei uns jup ihr drückt jetzt bitte auf charlie und schließt dann auf drückt euch charlie durch die kutus auf geht delta cappen und so nah läuft noch eine minute ich sag dir noch mal bescheid weil das ausgelaufen ist jup jup ich knüppel auf den drauf schuft die ist egal der rennt weg kann der schulbeck mal ein paar feide bekomme h7 aber ich fände die lex gut innerhalb von drei sekunden von stop auf full die karte rammt jetzt denk auch mal wo das für ein schneller aber die rammt noch die ausweichen hast sieben sagst es mir gerade einmal dann an ob du flooding auf den gekriegt hast mirro ja ne Ah, Kahn ist ein Zerstörer Der ist mit Wow Kahn hat drauf geschmissen Der Sonar läuft jetzt in dem Moment aus Showback geht auf Showback schließt auf zur Charlie-Gruppe und ihr geht dann durch diesen Engpass Fährt Panzer durch Ist gleich vorbei, gell? 9,80 Ich sehe es aber, ich muss euch ja irgendwas sagen Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt ja nicht sagen Kommt Jungs, machts Bier auf Doch, machts Bier auf Machts Bier auf Ja, was würde ich sagen Ja, 12 gegen 12 Applaus, Applaus Das war das Trainingsmatch TGF gegen MDIF1 Geleitet von Gamecon.de Dankeschön, Jo Danke auch von mir, vom Schubeck Viel Spaß mal anschauen Die Taktik hat sich super gelohnt Servus Taktik hat sich super gelohnt Dus Ich sehe es aber, mal wieder